Moin Leute, Gaius Julius Cäsar meldet sich zu einer weiteren Folge von Shieldwall, meine Damen und Herren. Am heutigen Tag gibt es Rom gegen Griechenland. Guckt euch das an. Also Maxify, hallo. Hallo, ich bin Alex Kamba. Maxify hat diese traumhaften Ländereien. Also ich habe das Gefühl, ich werde keine Chance haben, aber wir probieren es einfach. Let's go. Das ist das erste Mal, dass ich richtig gegen YouTuber spiele. Bei Maudado und Zombie. Oh ja, war es eher so. We've got Reinforcements. Warte mal, sind das jetzt... Hab ich? Ah ja, wir bekommen. Ja, sehr gut. Wie? Streckt die Feinde nieder. Ich muss erst mal kurz herausfinden, was ich hier... Sind das nicht deine Einheiten? Die blauen? Wo bist du denn? Angriff! Und wieder zurückziehen. Zieht sie raus, genau, zieht sie raus an die Flanken. Wo kämpfst du denn lieber Rom? Bamm, ausgezeichnet. Ja, 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 ja. Da vorne kämpfst du. Streckt sie nieder. Streckt sie nieder. Ihr müsst kämpfen. Weiter. Oh nein, der kommt. Das sind die Griechen. Oh nein, sie pumpen. Sie pumpen Einheiten nach. Ich bin da. Oh Gott, sie sind zu stark. Sie sind zu stark. Ich sehe dich, Paluten. Oh nein, mein alter, er bin das da ernst, Feind. Komm her. Ja, ne. Nein. Streckt sie euch. Nehmt den Punkt ein. Nehmt den Punkt ein. Nicht den Punkt. Nicht den Punkt. Oh nein, sie haben zu viel Gold. Komm schon. Sie haben zu viel Gold. Wir werden den Punkt nicht halten können. Komm her, ich sehe dich da. Nehmt den Punkt ein. Ah, ich werde verfolgt. Schnappt ihn. Paluten, was soll das ab? Ja, sehr gut. Okay, der erste wichtige Punkt wurde er hingenommen. Er steht dort oben. Nee, super jung, ich sehe es. Hallo. Ja, jetzt ist er dran. Schnappt ihn. Ah, ich muss hier weg. Nein. Ah. Oh nein, Gaius, kassiert. So, jetzt. Oh, das ist gar nicht gut. Ich muss nach Hause. Ich will nach Hause. Mach, dass du wegkommst. Du bist doof. Ich dachte, du bist ein Freund. Oh nein, Schätze. Sehr nice. Okay, so, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay, ihr seid da. Du bist da in deiner köstlichen, großkotzigen Burg. Ich habe einfach kein Gold, wirklich. Oh nein, wir können nicht da durch. Mann. Was passiert? Ja, auch nix. Ich bin ertrunken. Ich dachte, ich könnte durch den Fluss. Aber alles easy. Es gibt ja mehrere Punkte, ne? Ja, ja, ja. Deswegen hast du ja auch den Vorteil, weil du halt viel, viel, viel mehr Ländereien hast. Bist du immer noch bei dem einen Ding links? Oh, 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 oh. Ich sehe dich da. Hm. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich mache meine Armee noch größer. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Kommt, meine Mann. Nee, das, das, äh. Wie viele Einheiten hast du? Zwei. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Doch, doch, es sind zwei. Stehst du immer noch hinten bei deinem Ding? Ich bin da, wo du nicht bist. So, meine Mann, überquert den Fluss. Überquert den Fluss. Schnappt ihre Kornfelder. Wo bist du denn? Und brennt, schatzt ihre Ländereien. Schnell, schnell, schnell. Wenn er es schafft. Lauf, 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 lauf. Nein. Er in seiner großkotzigen Burg. Denkt auch, er wäre was. Nein, da kommen die Griechen. Da kommen die Griechen. Schnell. Männer. Ja. Lauf da. Oh, oh, sie kommen, sie kommen. Attacke. Vorsicht, Jungs, Vorsicht, Jungs. Vorsicht, Jungs. Und jetzt Attacke, Attacke, Attacke. Los, kämpfen die. Die müssen nicht, Paluten, wieso kämpfen die nicht von mir? So, jetzt. Du musst eher drücken. Attacke. Und rein. Oh, 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 oh. Oh Gott. Ja, komm her. Standartenträger, Standartenträger. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Oh. Ja, rauf der Bann. Das ist unfair. Das ist unfair. Ich habe eine Kette. Ich bin auch mal wieder. Ausgezeichnet. Ich habe genommen vor allem Kopf. Sehr gut, Männer. Ich bin stolz auf euch. Gaius Julius Caesar könnte nicht glücklicher sein. Ich will auch werfen können. Das ist unfair. Du musst nur X drücken. Drück X, dann kannst du das switchen. Sag das auch. Oh, das ist nicht gut. Ja, ja. Ja, ja. Komm nachher. Nein. Komm nachher. Dann traust du dich gar nichts jetzt, ne? Dann gehe ich halt in deine Hauptbasis. Na? Aber denk dran, da drinnen habe ich auch Soldaten. Hast du nicht? Da kommt er. Da muss er raus. Schnell zurück, Rückzug. Oh, naja. Was? Was jetzt? Na, du? Ja, er macht die Tür auf. Nee, nee. Die Tür bleibt zu. Mann, du kriegst auch viel mehr Punkte als ich. Oh. Geh ruhig ran. Geh ruhig ran. Jungs, jungs, schnell wieder zurück. Ich habe Zeit. Ja, das ist das Problem. Öffnet das Tor. Ja, öffnet das Tor für mich. Jetzt. Schnell, Jungs. Ja, los. Lauf rein. Lauf rein. Ich warte nur, dass du reinläufst. Schnell, 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 schnell. Das ist nämlich die Falle. Das Tor bleibt nämlich offen. Solange bis ich drin bin, dann geht es zu, Paluten. Komm, jetzt, Jungs. Wenn wir es schaffen, so schnell wie möglich das einzunehmen, dann haben wir eine Chance. Dann haben wir eine Chance. Bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Nein. Ja. Paluten, komm her. Oh nein, nein. Warum sind deine denn so viel? Warum sind deine so krass? Nein, Standardenträger. Ja. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Komm her, Paluten. Wir sind im Pfeil. Es war, es war, wir waren nah dran an einem Victory, aber wir wurden vernichtend geschlagen. Oh Mann, das ist, okay, Gaios, Jujus, Cäsar, das ist keine Leichtop, äh, okay, warte mal, dann nehmen wir vielleicht die. Ich hätte auch gewartet, dass du hinläufst. Ich komme. Schnell, schnell, bitte. Ich komme wieder. Ich habe das extra gemacht. Komm schon. Bitte jetzt, wir müssen doch einfach nur diesen, bitte, 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 bitte. Ja, jetzt rein. Nein. Ja. Nein. Das kann, das kann jetzt gut sein, das kann gut sein. Haltet den Punkt, haltet den Punkt. Ihr müsst den Punkt halten. Komm schon. Kämpft wir noch niemals in eurem Leben gekämpft haben. Komm schon, kämpft, Leute, kämpft um mein Leben. Bitte, 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 ja. Ja, macht ihn fertig, macht ihn fertig, ja. Ihr seid so gut. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nein. Meine edlen, meine edlen Kämpfer besiegelt sein Schicksal. Rein in seine Ländereien, rein in seine Ländereien. Für Gaius, Palenus, Cäsar. Ja, weiter, weiter, weiter. Komm rein, Paluten, komm rein. Meine Krieger und ich sind bereit. 300. 300. 300 Spastaner. Macht euch bereit, Leute, Atten. Attacke. Er hat Legionäre. Attacke. Oh, oh. Oh, oh. Jungs, wir werden aufgerieben. Das sieht nicht gut aus. Ich kann hier drin irgendwie nicht kämpfen. Ich habe kein Speer mehr. Oh, nein, 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 nein. Los, auf ihn. Lauft. Nein, nein, nein. Paluten, wo sind meine Waffen hin? Wieso habe ich keine mehr? Ich weiß es nicht. Mann, deine Typen sollen mich in Ruhe lassen. Ich habe gar nichts gemacht. Legionäre, versucht zu verteidigen. Verteidigt euren Gaius. Ja, sehr gut, sehr gut. Kommt, 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 kommt wieder her. Kommt wieder her. Wir müssen uns, wir müssen uns sammeln. Sie haben uns nämlich gut dezimiert. Okay, wir müssen sie weiterhin unter Druck setzen. Wir haben aber keine Kohle. Kann man, kriege ich irgendwie die Waffe wieder zurück? Ich habe gar keine Waffe. Äh, X drücken. Ja, X geht nicht, Mann. Hä? Dann weiß ich nicht, ich weiß nicht, was du gedrückt hast. Also wirklich nicht. Normalerweise kriegt man. Er ist waffenlos. Los, Gaius. Ich kämpfe ohne Waffe heute. Angriff. Verteidigt euch. Kraft an. Angriff. Oh, oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Mann, Jungs, ihr müsst jetzt kämpfen. Komm, bringt mich um los. Komm, bringt mich um. Ich habe keine Waffe los. Jetzt habe ich eine wieder. Hä? Was ist das? Wenn meine... Nein, du kannst halt nach... Bitte, bitte, bitte. Nein. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Oh, wir müssen wieder weg. Oh, oh, Standartenträger. Komm mit, lauf. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt mit. Aua, komm mit. Es ist alles gut. Es wird alles gut. Also, ich habe ein sehr gutes Gefühl. So, komm. Du hast viel mehr Geld, als ich. Irgendwann klappt es bei dir. Ja, ja, das Spiel, das dreht sich gerade zu meinen Gunsten. Aber du hast natürlich noch diese grandiose Burg. Das ist wahr. Ein, ein... Aber das wird mein Festmahl sein. So, Legionäre, enttäuscht nicht euren Gaius Julius. Ihre Truppen sind stark. Doch wir sind stärker. Wir sind stolzer Römer. Ah, los. Nein, wo lauft ihr denn jetzt hin? Ihr müsst doch... Warum lauft ihr da alle weg? Warum lauft ihr denn alle weg? Wo wollt ihr denn hin? Was macht ihr denn da... Ach, ihr habt da oben einen gesehen. Och, ihr seid so dumm, Köpfe. Komm. Warum macht ihr das? Ihr müsst kämpfen. In der Falle sind sie. Nein, au, ich bin wirklich hier in der Falle. Dass meine da oben hochgelaufen sind, war halt maximal dumm. Ähm. Ja, ja. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch. Oh, nein, 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 nein. Der Junge ist pleite. Der Junge ist wirklich pleite. Sehr gut. Bleibt einfach hier. Und jetzt. Schnappt ihn euch. Ah, nein, nein. Schnappt ihn euch. Kommt wieder zurück. Oh, nein. Er ist nicht pleite. Er hat uns angelogen. So. Ball ein ab. Ball ein ab. Ja. Ja, ja, ja. Nein. Zack. Oh, oh. Wenn der mich jetzt... Ja. Wir müssen nur noch diesen einen Punkt... Wir werden von da oben beschossen. Ich kann nicht mehr respawnen. Komm, mach den. Mach den platt. Ich kann nicht mehr respawnen. Ja, wir haben alles eingenommen. Nur noch der da oben. Nein. Komm schon, Betsy. Lauf. Wo ist er? Da, der letzte. Da sind nur noch zwei Leute. Jungs, Jungs, du machst den. Oh, oh. Ich hab meinen eigenen. Upsi. Jawoll. Paluten wins. Let's go. Oh, du hattest auch. Hero Respawn Limit of Units. Ah. Ich hab irgendwas gekauft. Sie waren ein grandioser Gegner, lieber Alexander von Griechenland. So, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von Shieldwall. Wenn ihr ein weiteres kleines Battle sehen wollt, dann schauen unbedingt bei Maxify vorbei. Bei ihm haben wir nämlich Totally Accurate Battle Simulator gegeneinander gespielt. Schaut euch das an. Maxify ist ganz oben verlinkt. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.